Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Wir stehen genau vor der Zusatzmission The Bank East. Diese gab es, wie schon einmal gesagt, als DLC und diese starten wir jetzt auch. So, find a way into the bank. So, ich vergesse irgendwie jedes Mal, wie ich mich ducke. Das ist echt schlimm. Wenn man gleichzeitig mehrere Spiele spielt mit diesem Controller. Zum Beispiel auch nebenbei spiele ich ja noch Sticks. Und das spielt sich natürlich von der Steuerung her etwas anders. Das ist dann jedes Mal wieder ein kleines, neues Heranfinden an die Steuerung. The machines don't distract as easily as people. I should be careful. I should be careful. So. Let's find a way into the bank. Sonst war doch da immer durch, so Streifen, oder nicht? What? What? Ah, da war's. Oh je, ja, ja, die liebe Steuerung. So, jetzt schaue ich aber ganz kurz, ob ich hier nicht irgendwo raufkomme. Ja! That's nice. Und zack. Daran kann man doch raufklettern. Sehr schön. Das ist unser Weg in die Bank. Wenn ich's dann endlich mal geschafft hab, an dieses verfluchte Seil zu springen. Ähm. Garrett. Ernsthaft. Na also. Es geht doch. Warum nicht gleich so? Hopp. So. Was höre ich da? Er hat von irgendwas von Maschinen gesagt, die nicht so leicht abgelenkt sind wie Menschen. Oh shit. Holy shit. Na dann fangen wir doch mal mit dem Aufräumen und Ausräumen an. Hey. Aufräumen. Naja, so kann man's auch nennen. Wenn man möchte. Tee. Die kennt mich immer. It's in his pocket? Dann möchte ich ja nicht ganz gerne ran. Picklock. Na dann. So. So. Ich hoffe nur, der kommt nicht her. Ansonst würde er mich sofort entdecken. Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht. Das haben wir hier. In your document. Mechanical Eyes. I can't help with the false alarms. Those Mechanical Eye things came straight from the keep, so I don't know how to calibrate them. For now, just tell the gods to avoid them and stay out of the vault area. Ich glaube aber das ist genau das, wo ich rein möchte. Die vault area. Das ist doch gerade der interessante Teil. So, da hinten kommt die Wache wieder. Wie schaue ich mich hier oben am geschicktesten um, ohne entdeckt zu werden. Das ist gar nicht so einfach, vor allem weil hier überall, also so elektronisches Licht ist. Keine Kerzen zum Ausmachen. Das macht es nicht leichter, muss ich sagen. So, und wo ist diese blöde Kamera? Dieses Mechanical Eye? Ich sehe es nicht und das gefällt mir nicht. Hey, neue Dokument schon wieder. The Burnt Emerald 2. Beowerkopfschiedsend. Okay. Sieht so aus. So. Jetzt wird's nämlich spannend. How the fuck do I get through? Wo ist dieses Drecksauge? Ich hör's doch da irgendwo, aber ich seh's nicht. Uns verreckt denn nicht. Hoffentlich ist da keine Sau drin. Da ist keine Sau drin. Perfekt. Was haben wir hier? So, einmal eine Büste. Und ein Letter. Find the combination. Letter to Mondas. Achso, find the combination war wohl... Die Quest, ich hatte den Filter ab. Mrs. Mondas, official combination for the vault here enclosed. 682. Please advise when changed. Fuck yeah. Ah, da ist ein Lichtschalter. So, den betätigen wir doch direkt mal. Oh, wo ist die Wache gerade? Kommt gerade vorbei. Perfekt. Jetzt, halt, machst du die Tür zu. So, jetzt muss ich nur schauen, wie ich da unbemerkt da runterkomme. Gut, da geh ich mal nicht lang. Oh. Licht aus. Puh. Wie mach ich das Licht aus? Scheint ihn ja nicht sonderlich zu stören. So, jetzt warte ich, bis die Wache da nochmal vorbeigegangen ist. Und dann... Nehme ich diese Treppe hier runter. Beziehungsweise... Was haben wir hier noch? Kann ich dieses verfluchte Licht ausmachen? Oh, komm, hey. Schnell. Komm schon. Schneller. Komm, ich werde gerne weg, bevor der Typ wieder seine Runde macht. Big Lock, natürlich. So. So. Und... Nein. Komm, komm. Gut. Dann... Puh. Geht es nach unten? Irgendwo schnarcht einer. So. Kurz einen Überblick verschaffen. Da ist diese Dreckskamera. Und da hinten pennte. Okay. Habe ich hier irgendwo die Möglichkeit, das Licht auszumachen? Ich glaube fast nicht. Okay, da hinten... Der Typ da hinten dreht mir den Rücken zu. Was gibt es da drin? Ah. Da wäre auch noch ein Eingang gewesen. Okay. Noch ein Brief. Wie viele davon gibt es denn? Documents. The Bankies. The Burnt Emerald 3. Ich habe noch mal eins noch nicht gefunden. Beachworth lay crumpled at their feet. I don't suppose there's any gold left on him, Rossa said. Falten shrugged and bent down. He gave the corpse a quick pat and straightened up, empty-handed. Never hurts to make sure. They were in Beachworth's one-room apartment. Whoever killed him was looking for something. The dresser stood empty, its drawers piled beside it, and the straw from the mattress covered the floor. Think they found anything? They must have. Rossa and Falten looked over the room, acknowledging their luck had run out. They turned to leave and heard Beachworth try to say something. Vielleicht den Namen der Person, die ihn umgebracht hat? Man weiß es nicht und man wird es wohl nie erfahren. So, mir macht diese Kamera da oben Sorgen. Vor allem, da ich das Licht nicht ausmachen kann. Ich bin tatsächlich ein bisschen stolz auf mich. Ich habe noch niemanden umgebracht. Oh, oh. Vorsichtig, vorsichtig. Eins. So, diese blöde Kamera. Ah, da hinten ist was. Dahinten ist was. Yes. What? What? Wie komme ich an der blöden Kamera vorbei? Schnell sein. Puh. Sehr gut. So. Jetzt wird sich herausstellen, ob es bei dem No-Kill-Run bleibt, oder ob ich den Typen hier ausschalten muss. Schon wieder so ein Zettel. South Rye Legacy. Mrs. Monders. I'm aware how peculiar the request sounds, but as you well know, my father loved this bank. The family believes it is only fitting that his legacy rests somewhere within the building where he spent so many of his living years. Please find somewhere suitable and inform us for with. Aldred South Rye Esk. I don't fucking know what Esk means. Da liegt noch was Gold in this. Sehr schön. Ich nehme alles mit, was glänzt. Selbstverständlich. Oh, diese Drexel Lichter immer. Oh. Oh. Oho. Der war knapp. Oh, du armer. Du armer. Er ist nicht allein. Das gefällt mir nicht. So, da muss ich dann rein. Oh, da hinten rennt ja noch eine rum. Ah, Piglock, natürlich. Aber natürlich. So, jetzt muss ich nochmal auf den Typen warten. Soll ich? Ja. Schrei mir den jetzt. So. Schön hier. Den schmeiße ich da ins Eck. Da sollte ihn eigentlich niemand finden. Im besten Fall. So. Na, da ist auch so viel Licht. Das hilft mir nur so ein bisschen weiter. So. So. Gut. Na dann. Ich musste den ausschalten. Sonst hätte der mich lange entdeckt, bevor ich das Ding offen hab. Ah, verdammt lang. Ah, schon wieder so eine Dreckskamera. Okay. Zack. Und wir sind außer Sicht. Sehr gut. Da muss ich auch einfach nur, ich sag mal, rechtzeitig drunter kommen. Bevor das Ding... Hehe. Ja, genau. Tu mich auch. Wo führt denn der ganze Spatz hin? Das sind zwei... Achso, das sind die Lichtschalter. Okay. Na dann, sobald die Kamera da weg ist... Gehe ich... Da hin. Oh. Puh. Der war knapp. Na, leck mich am Arsch, war das knapp. Da ist was. Da ist doch was. Ah. Da ist doch bestimmt die Sicherung für diese komischen Druckplotten dahinter, im besten Fall. Oder ist es einfach nur ein Safe? Gut, bin ich auch nicht böse drüber. Wobei mir das fast lieber gewesen wäre. Wenn ich diese komische Druckplotten-Sicherung ausschalten hätte können. So. Auf. Wirklich leer. You're fucking kidding me. Ja, ich mach die da jetzt mal alle auf. Ne, ist eh klar. Hey, ist ja richtig was drin. So. 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 das ding hat alarm ausgelöst falscher alarm kommt da wer nächste meine schritte ja es ist gar nicht so einfach an den scheiß denk vorbei zu kommen verschwinde mit deinem suchstrahl so wie war die kombination noch mal 682 geht es schneller 682 und sesam öffne dich aber he goddammit official combination for the world 682 goddammit okay okay ich danke irgendwas mit reminder klingt sehr gut locker number reminder locker number seven what shit manmar spammer shit shit oh gott war das knapp holy shit holy fucking shit ich habe ein problem ich habe die kombination jetzt aber immer noch nicht gefunden offensichtlich was soll ich was soll ich ich weiß nicht das würde mir wahrscheinlich am meisten helfen wenn ich den typen ausschalte ich weiß nicht mach ich mich mal Ah, das ist ein Lichtschalter. Yes. Den habe ich vorhin natürlich noch nicht gesehen. Ist eh klar. Ja cool, dann kann ich mich um den Typen ja kümmern, wenn er hier mal wieder vorbeikommt. Komm, 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 komm. Sehr schön, wie auch direkt das Licht ausgegangen ist, finde ich super. So, mein Freund. Du kommst da her. Da findet dich niemand. Hat natürlich auch keiner gehört. Das Platsch. Gut. Aber die Bankclerks konnten mir jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen. New document. The Burnt Emerald won. Fulton set his auger down, stood up straight with more trouble than he'd ever admit and stared at the strongbox door. He stretched his fingers and heard the joints pop. You done? Bring the candle over and we'll see. Rosser emerged from the shadows and set a candle down on the floor. He went to the window, looked out and then nodded. Fulton lit the candle. The drilled hole was to the right of the dial and wide enough to see the lock mechanism. He leaned up against the strongbox and pressed his cheek against the iron door. It'll do. Okay. Ja, da hinten gibt's halt auch noch Sachen. Gut, sie ist halt jetzt doch dran. So, na dann. Hier irgendwo wird ja wohl. Yes. Repaired second dial-on vault as advised. Changed from 8 to 3. Oh, ihr Pisser. So, jetzt haben wir die richtige Vault-Combination. Hat uns ja nur dazu getrieben, noch zwei weitere Leute auszuschalten. So, zweite Zahl. Changed to 3 Heases. Good job, no one memorized this thing. Tja. So, na dann. Open up. Fire. Ah ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020